Hallo Freunde und willkommen zurück bei Daisy 20 Uhr in der Schule in Berezino und hier ist... Also ein bisschen was geht hier ab, ja. Was geht hier ab? Ja, lass uns mal unten treffen in der Schule und dann rausgehen. Genau. Ich will jetzt echt mal wieder irgendwie Konfrontation haben. Ja, die wirst du hier finden. Weil wir haben Schüsse gehört vorhin wieder. Für jeden, Alter. Und die waren sehr nah. Was lachst denn du jetzt? Ja, die Geräusche vor dem Zombie, Alter. Vor dir, vor dir, vor dir. Ja, ich seh's. Hast du das Ingame geredet? Nee. Okay. So, wo seid ihr denn jetzt? So, ich komme. Kann noch am Looten. Ja, weiß ich, wollen wir nicht mal oben rausgucken erstmal, was hier los ist? Nee, lass mal unten reingehen. Unten rein, unten rein in die Action und dann können wir dann wieder looten gehen. Go, go, go. Ja, ach was, wir werden uns überleben, wa? Ja, sicher, wir sind voll gut, Junge. Hast du dir alles gelernt? Aber bevor wir sterben, vielleicht viele Grüße an Daniel, an meinen Namensvetter. Na gut. Aber sonst haben wir nicht viel gemeinsam, denn er hat auch seinen Abschlusspullover gewixt. Was? Was ist denn ein Abschlusspullover? Ich hab's auf die Hose gemacht. Was? Weiß ich nicht. Auf die Hose gemacht? Null. Der zweite Schuss war ich, aber der erste war irgendjemand anders. Der Zombie lebt noch, Daniel. Der Zombie lebt noch. Also, mich hat grad ein Admin angeschrieben und fragt, ob ich aufnehme. Und, ähm... Man kann ja nicht zurückschreiben. Äh, wo gehen wir lang? Doch, doch, kann man. Kann man, kann man. Alter. Ich glaub, die Schüsse sind irgendwie sehr nah bei uns hier, ne? Ja, aber jetzt lass uns mal irgendwie weiter reingehen. Ja, lass, lass, Niki... Komm, Action, Action, Alter. Ja, ich will auch Action, aber Sneaky. Ja? Ja. Taktisch vorgehen. Patrick, wo bist du? Patrick ist eh irgendwie wieder verloren. Ich schreib hier grad mit dem Admin, Alter. Ja, der sagt natürlich, lass ein Abo da, aber ich freu mich auch über eins. Na. Jetzt komm, der will nur Fame haben. Ja. Wo, also ihr seid, ich hab gesehen, wo ihr raus seid. Ich komm jetzt auch hinten raus. Alter, es kommt immer näher, Daniel. Der ist ja irgendwo, der ist ja irgendwo, Alter. Wo seid ihr? Ähm... Ich bin hinten aus der Schule raus. Genau, und dann rechts rum, in dieser Halle. Warum rechts? Links ist die Action. Ich komm mal zu dir. Wir sind rechts, das war die Frage. Ich bin jetzt, da bist du, da bist du. Okay, alles klar. Okay. Doch, hier sind überall Schießereien. Ja, auf jeden Fall. Hier wird's auch immer lauter. Ich weiß gar nicht, wie der Server heißt hier, ehrlich gesagt. Ist immer noch dasselbe, ne? Ja. Der Keine Ahnung-Server, genau. Vorhin war es ja Elektro-PVP irgendwas. Gehen diese Holzpaletten da hinten. Und letztes Mal Elefantenserver, ne? Der Admin scheint auch irgendwie Let's Play's. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Ja, natürlich. Cool, dass man so schreiben kann. Das wusste ich gar nicht. Das ist ganz witzig. Jetzt die Frage, beschießen die sich gegenseitig? Oder ist es Zombieschießerei? Keine Ahnung. Hier haben wir aber gute Tarnung, ne? Hinter der Mauer. Ja, wir müssen nur ein bisschen mehr ran. Die stehen hier bestimmt hinter der Mauer direkt. Wir gehen auch gerade rüber. Das wäre aber geil, ne? Das Problem ist, wir kommen hier nicht so richtig weg, ne? Das ist korrekt. Ja, wir können jetzt Richtung Pianohaus gehen. Hier so in dem Industriegelände entlang. Entlang, durchlang, wie auch immer. Ne, durchlang gibt es nicht, ne? Zumindest bis eben nicht. Ne. Ich gehe, Alter, hier durchkriechen. Ne, ich gehe hier über die Arme rum. Das ist mir zu anstrengend da unten. Ich kriege gerade Hunger, Alter. Real jetzt oder hier? Ja, so real, ja. Ja, der Z ist anstrengend. Da bekommt man schnell Hunger. Ich glaube, ich werde mir noch einen schönen Döner bestellen. Das ist ein Asskertag. Das ist ein Asskertag. Das ist ein Asskertag, ne? Ja, Luzi macht nämlich gerade so ein bisschen... Boss-Transformation. Boss-Transformation. Er achtet so ein bisschen gerade auf seine Ernährung und er hasst uns dafür, dass wir Döner essen. Ich hätte so gerne einen Döner jetzt, ohne Scheiß. So einen saftigen... Bestell mal zwei, Alter. Alter, das kommt immer von woanders, ne? Gefühle habe ich auch, als wären die überall und würden so ein bisschen mit uns spielen. Der Atme nimmt bestimmt gerade auf, wie wir hier rumrennen. Ja, wahrscheinlich. Heiz den mal ein bisschen ein, so. Katze und Mausspielen, meinst du? Lass mal Katze werden jetzt. Ja, pass mal auf hier. Hier ist ein Loch in der Mauer und dann lass mal ins Pianohaus. Okay, drei, zwei, eins. Go, 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 go. Bitte was? Chirainimo, go, go, go. Zick, zack, Busch. Super machst du das, super. Oh, oh. Rein ins Pianohaus, ey. Da geht's bis ab, Alter. Ja, die schießen aber nicht auf uns. Die schießen auf irgendwas anderes. Ich check das mal ab hier. Und tot war er. Nö, ich bin hinter der Mauer. Also... Ohne im Haus. Ohne im Haus. Wo? Welches Haus? Welches Haus? Äh, wenn du rauskommst, rechts. Also da, wo ich hingucke. Daniel, du wurdest aber getroffen, ne? Ja, das ist korrekt. Alter, ich guck mal oben im Pianohaus. Ich glaub, ich hab auch einen getroffen. Zumindest lässt er sich jetzt nicht mehr blicken. Jemand stöhnt. Ja, geh mal hoch. Meinst du? Geh mal lieber rein. Da stöhnt nochmal einer. Ja, vielleicht bin ich das auch, weil ich getroffen worden bin. Oben clear, Oachen. Oben clear. Das ist aber eine weibliche Stimme. Tört sich echt fies an. Ja. Hallo? Du brauchst Hilfe? Du brauchst Hilfe? Ich glaub, da ist die Hilfe zu spät, ey. Äh. So, bei was für einem Hausbadge nochmal? Na, hier, wo wir hier drauf gucken. Und da, an dem linken Flügel. Quasi. Ah. Da ist er, da ist er. Im Fenster. Sieht ihr ihn? Ja, lol. Bin getroffen. Shit. Bleeding, Flutus, Fracture. Lol. Alter, das hier raus ist, ist zu riskant hier, oder? Lass den stürmen. Ja, lass den stürmen, Alter. Penner, was hat er jetzt? Lol, you are dead. What? Scheiße. Erstmal looten. Das ist der Daniel, der Spaß. Aber das, ähm, ja, ich bin halt aufgestanden, weil ich mich verbinde, irgendwie, und, äh. Fuck, Alter. Lol, wie sagst du denn 10.000 Schuss dabei, Patrick? Wie geht das denn? Das war der Cheater am Erstblip. Hm. Ja, mach nicht so, mach nicht so, hm. Wusstest du das auch in der Aufnahmepause? Ja, wir, äh, haben da jemanden gefunden, der hatte 40.000 Schuss dabei. Oh, äh, gesteckt. Daniel, plan. Ähm. Oh, shit, wo sind wir drauf? Ach ja, Gacy, Gär, Daisy, Vögel. Was, Gacy? Gacy. Geh mal wieder drauf. Gucken, wo ich spawn. Ja, okay, ähm, Luzi, ich würde vorschlagen, wir gehen da raus, wo wir reingekommen sind. Das Ding ist, wenn wir jetzt aufstehen... Alter, renn. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Alter. Ich glaube, ich... Alter, wo bin ich denn? Gut, Daniel. Ich habe gerade, ich habe gerade harte Legs, ne? 10 Frames. Okay, das ist weniger gut. Folg mir einfach, ich weiß, wo es lang geht. Ja, Alter, meine Waffeln, ne? Alter, Achtung! Oh, shit! Ich verpiss mich hier. Scheiße! Ich bin einfach nur wegzukommen, ist Legs zu hart. Ich sehe nichts, ich spüre nichts mehr. Mein ganzer Körper ist tot. Nee, warte mal. Wo bist du hin? Weiß ich nicht. Fuck. Scheiße. No! Wo ist der, Alter? Kein Plan, Junge, kein Plan. Bist du in der Scheune rein? In die Scheune rein? Ich bin, ich bin im Gebäude irgendwie. Ich bin in dieser Halle. Alter, war das laut! Okay, ich bin auch drin, ich bin auch drin. Scheiße, ich kenne den Ort, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Alter. Wir sind so am Arsch. Sind wir. Fuck, die Tür ist offen da vorne. Luzi? Ja. Ich fahre ab hier. Okay, warte, ich folge dir. Das zum Thema Sachen saven und so. Ja, sonst noch Wünsche. Ja, Alter. Ich habe vorhin ganz alleine auf dem Airstrip eure Klamotten von A nach B transportiert. Alter, ich bin getroffen. Ich bin unter Beschuss. Ich bin unconscious. Da war es ja nicht unter Beschuss. Scheiße, ich weiß, wo die waren. Fuck. Ich bin auch bewusstlos. Tja, da kann man halt... Das kann passieren. Das kann passieren, wa? Wenn ich jetzt aufstehe, ich schwöre, ich wasche da rein. Wo waren die? Mein Lack ist in pain. Also ich könnte noch laufen. Die waren gegenüber von der Scheune da, weißt du, Daniel? Wo wir drin waren? Ne, waren sie nicht. Okay. Das war aber nur eine M4, ne? Na gut, wirklich. Ich warte einfach mal ein bisschen ab. Ja, da kann man halt... Lol, ich stehe wieder. Geil. Dann mach was draus. Ich glaube, ich kann nicht laufen. Ich liege hier gerade noch. Ah, scheiße. Ich habe da auch gebrochene Beine. Fuck. Fracture. Urhydrated und stuff. Scheiße. Aber ich bin, glaube ich, irgendwo an der Küste. Aber ich kenne den Laden hier. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Vielleicht bin ich in der Nähe von Beere. Mal kurz abchecken. Meinst du? Wo bist du, Luzi? In der Scheune, bewusstlos. Okay, ich gehe da mal hin. Ich blute hart. Ich habe nichts zum Verbinden. Alles ist ruined. Meine einzige Hoffnung ist, dass ich es irgendwie zu dir schaffe. Alter, ich lebe wieder. Alter, ich lebe wieder. Alter, ich lebe wieder. Ich gehe mal kurz in die Ecke dieser Scheune. Also ihr seid nicht mehr im Pianohaus, oder was? Nee. Na gut, okay. Dann kann ich mir die Impfi abschminken. Scheiße. Hast du Verbandszeugs? Nee. Hast du keins mehr? Doch, jetzt. Okay, alles klar. Ich bin in der Scheune drin. Ich kriege da rein. Ich muss unbedingt verbunden werden, sonst bin ich gleich tot. Passt auf, die treffen dich von der G am Rand lang. Gleich. Aber was ich ganz witzig finde, du kannst ja normal gar nicht reingucken. Wir haben also auch Verdacht da reingeschossen, aber ich glaube, du siehst das normalerweise nicht. Scheiße, ich bin gerade am Craften. Ich musste auf ihn schießen. Scheiße, meine Macht voll lange. Kannst du mir da irgendwas hinlegen? Ja, warte, warte, warte. Ja, warte, ich bin dabei. Das Wind ist aber mir halt, Alter. Alles ist weiß, ne? Ja, okay. Stell. Ich brauche irgendwie Bandages oder so, bitte, Luzi. Hier. Wenn man halt mal guckt, das sind halt alles Clan-Leute. Dankeschön. Scheiße. Nein, 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 scheiße. Nein, ich bin gerade... Alter, fuck. Ich war gerade am hier... Oh, Massaker in der Scheune, Alter. Fuck. Ich hätte ihn töten können, hätte meiner jetzt nichts gemacht, ne? Na gut, das war's dann für heute, würde ich sagen. Ihr seid jetzt auch tot, oder? Ja, wir sind jetzt auch tot. Wir können Neustart machen, ne? Richtig tot, ja. Jawohl. Den hätten wir aber haben können. Den hätten wir aber haben können, Alter. Meine lag hat verbunden, Alter. Ich bin in der Nähe von Tscherno, Alter. Lol. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Daisy. Ja, tschüss. Tschö. 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 física. Unbe bättre. accessiblechildren.